Du glaubst nicht, was mir heute passiert ist. Ich war so seelenruhig am Spielen mit Hasi, als plötzlich mein Assistent ruft. Sam, kommst du mal bitte her? Wir müssen reden. Klar, was ist denn los? Pass mal auf, mein Bester. Deine Kuscheltiere haben sich über dich beschwert. Wer hat sich beschwert? Ich beiß dem den Kopf ab. Ja, das ist genau das Problem. Der Bär, Koala, das Nilpferd. Fast alle haben gesagt, sie möchten nicht mal ein Kuscheltier sein. Das hier ist eine Intervention. Eine Intervention? Was genau soll das bedeuten? Das bedeutet, dass wir den Großteil deiner Kuscheltiere an die Tiertafel Düsseldorf spenden werden. Au, nicht meine Kuscheltiere. Warum? Du kannst nicht mit den ganzen Spielen. Das sind einfach zu viele. Außerdem gibt es Hunde, die gar kein Kuscheltier haben. Da muss man teilen. Du wirst dich danach besser fühlen. Abgemacht. Abgemacht. Und ich hab dich trotzdem lieb. Aber Hasi und das Nilpferd behalte ich. Okay?